Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Tele-Stammtisch. Heute mit mir, Theresia, und unserem neuen Neuzugang, dem Sven. Nicht zu verwechseln mit unserem Pfälzer Original, Sven. Also herzlich Willkommen, Sven. Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich da zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass es endlich mit der Aufnahme geklappt hat. Leider war ich ja krankerzeitlich etwas außer Gefecht gesetzt. Aber jetzt haben wir uns einen schönen Leckerbiss rausgesucht, weil wie alle unsere Neulinge musstest auch du und auch ich damals durch die harte Schule der Tiberius-Filme gehen. Und ich hatte dir zwei zur Auswahl gestellt, Action oder Drama. Du hast dich für das Drama entschieden und mal schauen, was da draus geworden ist. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, wir hatten jetzt den Film Passion and Betrayl, zu Deutsch Leidenschaft und Verrat. Und in dem Film geht es um das Paar Sabina und Ramsey. Sie ist eine Balletttänzerin, die wegen einer Verletzung pausieren musste. Er ist auf der Suche nach Investoren für seine Firma und für sein Produkt. Und kurz bevor sie jetzt ihre Karriere als Tänzerin wieder aufleben lassen kann, in der Hauptrolle, verlässt Ramsey sie. Allerdings halt eben für eine andere Frau, die er kurz zuvor kennengelernt hat. Und nach ein paar Monaten beginnt eben Sabina, sich mit der neuen Freundin anzufreunden, die jetzt zudem auch noch schwanger ist. Und ja, was da draus wird, darüber erzählen wir euch jetzt. Und wie schon gesagt, dieser Film heißt Passion and Betrayl. Im englischen Original heißt es sogar Hidden Exposure, versteckte Belichtung. Ja, Sven, was hast du bei dem Titel und bei dem Trailer gedacht, was auf dich, auf uns zukommt? Also mein erster Gedanke war, nehmen wir mal ein bisschen Drama, ein bisschen Spannung. Da haben wir bestimmt ein Streitthema. Aber irgendwie dachte ich auch noch dazu, ja komm, da geht bestimmt noch was Psychologisches ab. Das sieht im Trailer richtig interessant aus. Da geht irgendwie beim Ende mindestens zwei, drei Tote. Das war mein erster Eindruck. Und ich dachte, okay, kann man ja machen. Ja, hatte auch so ein bisschen was im Kopf, so er verlässt sie jetzt, weil er halt dann nicht bekommt, was er gerne hätte, Familie. Und bei der nächsten klappt sofort und jetzt, ja, möchte sie ihn halt zurück oder halt ein bisschen so quasi stalken oder terrorisieren. Also was natürlich nicht gut ist, das zu tun, aber rein vom Trailer her eben mit Passion und Betrayl, also Leidenschaft und Verrat, hat man halt so schon eine gewisse Erwartungshaltung. Ja, wurden denn die Erwartungshaltungen erfüllt, Sven? Äh, nicht zu 100 Prozent. Das ist vorsichtig formuliert. Ja. Also, man kann es ja so sehen. Also, andere Möglichkeiten wäre gewesen, dass es kein richtiger harter Spiller wird, ne, mit so einem richtigen Psychodrama, sondern eher sowas wie, ähm, die ganzen After-Reihe-Filme. Da hätte ich gedacht, da können wir so richtig schön upraten, ja. Mhm. Aber das war es ja leider auch nicht. Es ist halt genau so dazwischen irgendwie. Och, ich finde es halt schade, weil die Darsteller tun mir so leid in solchen Filmen. Die kriegen nicht viel zu tun und der tuckert so vor sich hin die ganze Zeit. Es passiert eigentlich nicht viel und es geht dann von A nach B, aber auch ohne richtig Tempo aufzunehmen. Das ist halt ein sehr schlechtes Drehbuch. Ich verstehe, was du meinst. Ja, ähm, mir ging es ähnlich. Also, der Film geht ja eigentlich auch nur 90 Minuten, aber ich habe mir gedacht, das, was er gezeigt hat, hätte er aber auch kürzer zeigen können. Ähm, ich hatte halt auch die Hoffnung, dass sie halt Tänzerin ist, dass sie sich jetzt da halt intensiv auf diese Tanzrolle vorbereitet, dass sie da halt eventuell ihre Wut oder Traurigkeit hinein interpretiert. Oder selbst dann, wo sie eben angefangen hat, ihrem Ex-Freund quasi hinterher zu spionieren, hat sie ja nicht richtig. Sie wollte ihn eigentlich, ich will jetzt nicht zu viel verraten, sie wollte ihn ja ausfindig machen, um ihm etwas mitzuteilen, aber er hat sich halt nicht getraut, sie zu sehen. Sagen wir es mal so. Ähm, und dann lernen sie halt zufällig die, die neue Freundin von ihm kennen und freunden sich halt mit dir an. Und, ja, also so richtig Psychodrama kam da halt nicht auf. Also, eher hatte ich das Gefühl, als würden die beiden Frauen sich wirklich etwas miteinander anfreunden. Definitiv. Sie machen ja noch Yoga zusammen irgendwie. Ja, also, es ist, und, und, ähm, gut, die Elvie, das ist die, die neue Freundin, die hat auch ein, fast auch sehr schnell Vertrauen zu ihr und erzählt ihr halt dann eben auch von Problemen, die sie, die sie hat. Aber, ja, ich hab mir dann immer so, der Film hat es mir übermittelt, dass ich hier im Grunde zwei Leidensgenossinnen habe, weil sie beide auf den gleichen Typen, sag ich jetzt mal, reingefallen sind. Weil, sind wir mal ehrlich, der eigentliche Arsch in dem Typ ist der Freund. Ja, also, er ist beim Anfang, ähm, es gibt ja immer heutzutage so richtig, äh, Schlagwörter für wie toxische Männlichkeit. Da will ich da gar nicht so drauf hingehen. Er ist einfach nur ein Arsch. Ja. Er ist komplett ein Arsch. Äh, ist noch mit ihr zusammen, geht da aber schon mit der neuen Fremd und trennt sich dann irgendwie selber, ne, was du auch schon erzählt hast. Ähm, ja, er ist halt kein guter Typ und irgendwie selber kriegt er auch nichts auf die Reihe, ne. Er hat ja auch irgendwie keinen Job wirklich. Ja, er versucht halt irgendwie so ein Investor zu finden und Überraschung, die neue Frau, die neue Frau an seiner Seite ist die Tochter von dem, seiner Erwartungshaltung nach, ähm, zukünftigen Investor seiner Firma. Ja, und ich, vielleicht kannst du das als Frau besser nachvollziehen. Selbst der, also der Vater von seiner neuen Freundin sagt ja in so einem Gespräch, dass er ist ja ein hübscher Typ. Ich muss ehrlich sagen, ich fand den jetzt nicht super sexy. Also, ich fand den normal. Er ist, er ist jetzt nicht sympathisch. Ich finde ihn jetzt auch einigermaßen attraktiv. Er ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott. Ja, das hat mich auch gewonnen, dass sie das dann immer so zur Sprache bringen. Der ist ja super, sieht super aus. Ich sage, ja, er sieht gut aus, aber, ja. Er kann ja auch charmant sein, aber irgendwie habe ich das Gefühl, er will zwar derjenige sein, der erfolgreich, der Erfolg haben will und halt irgendwie sich einen Namen aufbauen will, aber er schafft es halt nicht und ist dann halt eben wieder sauer, wenn die Frauen an seiner Seite halt Stärke beweisen. Ja, er ist ein ganz schwieriger Charakter, wobei ich auch irgendwie finde, dass selbst, ja, außer die zweite Frau, die er dann hat, seine erste Ballerina-Freundin, dass die halt auch schwierig ist in ein paar Situationen. Sie hätte es einfacher haben können, den ganzen Film. Ja. Aber wo ich immer mit dem Film nachgedacht habe, kennst du noch alles, was zählt, früher auf RTL oder vielleicht immer noch? Oh Gott, ich schaue es immer noch an, das tut mir echt jetzt du. Da geht es halt um Schlittschuhlaufen, ne? Ist doch richtig. Wenn man das ändert und einfach eine Special-Folge als Thriller macht, 80 Minuten oder so, das ist genau der Film. Das ist einfach nur der Film. Ja, aber es… Es wird nicht viel passieren. Ja, aber es haben ja halt, wie gesagt, diese Thriller-Elemente gefehlt, die man erwartet hat. Marek meint, dass die halt dann denen irgendwas Böses will. Aber eigentlich, glaube ich, wollte sie halt nur… Ich weiß gar nicht wirklich, was sie wollte. Also außer ihrem Typen da, die eine Nachricht zu überbringen. Aber sie hat dann wirklich mehr und mehr Zeit mit ihr verbracht. Und ich habe jetzt von allen nicht so richtig verstanden, was ihr eigentliches Ziel und ihr eigentlicher Plan ist. Und das Ende war dann schon, finde ich jetzt nicht unspannend, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, das Ende hat jetzt irgendwie die Zeit davor gerettet oder das wieder gut gemacht, was davor alles gewesen ist oder halt nicht gewesen ist. Beim Ende stimme ich dir vollkommen zu. Das waren, glaube ich, die 15 Minuten, vielleicht auch nur 10. Da geht das wirklich nur so ein bisschen mit dem Tempo, aber auch richtig schön los. Man sieht dann eine Einstellung von ihm, dann von anderen Vorkommnissen. Das ist auch schön mit der Kamera eingefangen. Und auch da denkt man so, ach, das könnte ja ganz nett sein. Aber das ist halt die einzige Zeit, wo der Film Tempo hat. Und genau die paar Minuten kommen einem wirklich schnell vor und wir sind auch leider schnell wieder vorbei. Und ja, danach denkt man sich auch so, ja, so ein Schade. Ja, es ist wirklich schade, weil man hätte mehr aus dieser Story, glaube ich, machen können, als aus den Ideen. Also ich verstehe schon, was, glaube ich, so der Hintergrund von dem Buch gewesen ist. Ich habe halt auch gelesen, dass es irgendwie das Erstlingswerk von dem Autor ist. Ich habe heute den Namen gefunden, O'Malley Jeffers, und habe gesehen, dass der zumindest im Drehbuch mitgewirkt hat und dass es halt sein Erstlingswerk ist. Auch quasi der Regisseur, das war der Todd Bogan. Für den war es jetzt auch, glaube ich, die sechste Arbeit als Regisseur, wenn ich das nicht... Aber erster Langfilm. Der erste Langfilm. Genau, er hatte ein paar Kurzfilme, habe ich gesehen. Also es war quasi, vielleicht war das zu früh, ich weiß nicht, ob es zu früh war, oder es hat heute noch nicht so ganz gepasst. Es lief aus Männern Sicht noch nicht so ganz rund. Also alle haben ja da ihren Debüt. Wie gesagt, die Kamerafrau auch. Barbie Lönn ist auch ihr Debütfilm. Und schon mal vorhin im Vorgespräch habe ich auch gesagt, das einzig Positive finde ich teilweise die Kamera. Es gibt so Einstellungen, gerade auch wenn sie tanzt. Das finde ich auch sehr schade. Alle erzählen, was für eine tolle Tänzerin sie ist. Man sieht es aber halt wirklich nie. Also diese paar Bewegungen, die sie macht, ich sage mal, die kriegen wir beide auch noch wirklich hin, so nach einer halben Stunde Training. Da ist jetzt nichts Spektakuläres wie bei The Swarm, wo du denkst, oh, das ist eine richtig schöne Choreo. Aber selbst wenn diese Bilder sind mit Musik und nicht viel Gerede ist, dann wird das schön eingefangen in so ein paar Szenen. Aber ist halt, ganz ehrlich, für eine richtige Empfehlung ist mir das meistens immer zu wenig. Ja, es gibt ein paar, also wie du sagst, es gibt ein paar schöne atmosphärische Szenen irgendwie. Ich habe mir auch gedacht, vielleicht kommt da dann etwas mehr, wenn die dann zu irgendwelchen Tanzauditions geht und da irgendwas vorführen muss. und so, da dachte ich halt, dass da eben auch noch ein bisschen mehr kommt. Hätte halt irgendwie auch zu dem Titel gepasst. Also fand ich halt auch schade, dass, ja, dass sie eigentlich die gute Story nicht so hundertprozentig umgesetzt haben oder zumindest aus meiner Sicht. Weil wir schon angesprochen haben, jetzt wollen wir noch kurz über den Cast sprechen, was jetzt, was meinen Fall betrifft, wirklich ziemlich wörtlich zu nehmen ist, weil ich zum Cast relativ wenig sagen kann. Die Hauptdarstellerin ist Liliana Liberato. Die kenne ich jetzt hauptsächlich eigentlich nur wegen Scream 6. Und die war, ich glaube, das ist Amazon Prime, Totally Killer. Ja. Da war sie auch mit dabei. Ja. Und den Jordan Rodriguez auch hauptsächlich irgendwie Seriendarsteller. Ich habe irgendwie gelesen, dass der in so einer australischen Dance-Serie möglich ist. Ich glaube, Dance-Akademie heißt die Serie, die hat er mitgespielt. Und, glaube ich, also bei den ein oder anderen Tanzsachen war er mit dabei. Und was mich gefreut hat, weil ich jetzt eigentlich, ja, es muss mir so, ich mag ihren Vater sehr gerne, aber quasi die zweite Frau im Leben von Ramsey wird gespielt von Ruma Willis. Ja. Ich zeige mir auch aufgeschrieben, dass halt die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore ist. Und ja, ja, die hat ja schon ein paar Filme mitgemacht. Auch ganz oft mit Papa oder mit Mama auch, ne, früher. Ich finde halt, sie ist jetzt nicht so die Überschauspielerin, aber halt schön, dass sie halt da ein bisschen vor der Kamera was machen. Die hat ja nichts Schlechtes gemacht. Nee. Also alle Darsteller waren mindestens durchschnittlich, ne, bis einen kleinen Tucken besser. Also die haben nicht viel verkehrt gemacht. Ja, ja, es war wirklich so. Es war, also sie haben alle keinen schlechten Job gemacht. Es gab halt, glaube ich, das Drehbuch gab leider nicht viel mehr her, wo sie dann aus sich rausgehen hätten können. Also man hätte schon noch ein paar Dramaszenen mehr einbauen können, als wie jetzt da nur diese Schlussszene, die auch aus meiner Sicht irgendwie zu plötzlich kam oder wo dann die Stimmung also wirklich von jetzt auf gleich gekippt ist. Wie gesagt, ich kannte die Schauspieler jetzt wenig aus ihren Vorwerken. Von daher muss ich sagen, ja, sie haben es nicht schlecht gemacht. Aber es war jetzt natürlich auch nie so eine Szene dabei, wo man gesagt hat, boah, da war der jetzt überragend oder das war mega gut. Also es war alles im normalen durchschnittlichen Bereich. Ja, das war wirklich nett. War ja noch einer dabei, der Vater, der Richard Kind. Kennst du den auch noch aus Serien von früher? Ja, ich kenne ihn halt hauptsächlich aus Chaos City, was lange her ist. Das habe ich mir nämlich auch noch hingestellt. Chaos City und davor oder danach war es, glaube ich, verrückt nach dir mit dem Herrn Reiser und so. Da dachte ich auch, das ist schön, den mal wieder gesehen zu haben. Ja. Aber wie gesagt, der kann ja in seinen kurzen Auftritten auch nichts reißen. Ja, der glaube ich war so sehr vor allem, glaube ich, nur in zwei Szenen zu sehen. Also der kann natürlich dann den Film, ja, der kann das natürlich auch nicht wettmachen. Da habe ich mir dann nur gedacht, in der zweiten Szene, wo er eben mit seiner Tochter redet, habe ich mir gedacht, okay, du hast irgendeine unbekannte Krankheit, aber für das schaust du ganz schön fit aus. Und zieht dann noch ein paar Jokes und so. Ja, ich dachte auch, weil alle, also sie erzählt ja auch von zwischendrin, auch so, ja, mein Vater, der ist krank, aber die wissen halt nicht, was er hat. Und es kam ja so, dass er auch wie sterben wird irgendwann. Was wir natürlich nicht im Film sehen, ne? Das ist, so weit geht's nicht. Aber dann kam er immer so ganz lebenslustig rüber und setzt sich nochmal durch. Aber naja. Ja, das Drehbuch hat halt starke Schwächen. Aber mein Gott, vielleicht beim zweiten Mal wird's besser. Ja, also wie ich schon gesagt habe, also einerseits das, was er erzählt hat, hätte man kürzer erzählen können. Und andererseits denke ich mir, vielleicht wären 20 Minuten noch ganz gut gewesen, hätte man noch ein paar andere Szenen mit einbauen können. Aber schwierig. So, fällt dir noch was ein oder können wir zum Fazit übergehen? Bevor wir zum Fazit übergehen können, habe ich noch eins. Ist dir aufgefallen, wie, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das nenne, wie dieses Restaurant oder wie der Biergarten hieß, wo er mit ihr Schluss macht? Ich habe es versucht zu lesen, aber es war so spiegelverkehrt. Ich habe es nicht ganz hinbekommen. Ich habe da Stopp gedrückt und war mir dann halt noch nicht ganz sicher. Aber ich habe dann beim Abspann geguckt. Das ist Hasenstüble Biergarten in Brooklyn, New York. Wenn ich mal da hinkomme, muss ich da hin. Hasenstüble heißt das Ding. Ja, es klingt so nach einem deutschen Lokal irgendwie. Ja, darum habe ich auch erst geguckt. Aber das ist wohl in Brooklyn. Okay. Das ist mein nächster Urlaubsort, wo ich hin will jetzt. Ja, New York war ich auch noch nicht, ja. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du es schaffst. Du musst mir ein Foto schicken, wenn du dort bist. Aus dem Hasenstüble. Ja, gut. Dann gehen wir zum Fazit über. Also eigentlich kann man zu dem Film nicht mehr viel sagen. Wie gesagt, mit 90 Minuten geht er nicht sehr lange. Allerdings hat es sich für mich zum Teil doch nach längeren Phasen angefühlt. Es war leider nicht ganz, was ich erwartet hatte bei dem Titel, wo es irgendwie um Leidenschaft und Verrat geht. Ich hatte mir ein bisschen mehr Thriller und ein bisschen mehr Psychodrama erwartet. Das konnte mir leider nicht bieten. Von daher, ja, es waren nur 90 Minuten. Es war jetzt nicht so tragisch, aber war jetzt nicht so ganz, hat halt leider meine Erwartungshaltung nicht erfüllt. Da kann ich mich größtenteils anschließen. Also ich habe da so einen leichten Vergleich, wenn man sich, es wurden ja früher vorher so Titel genannt, wie Verhältnis von der Affäre oder Matchpoint. Es kam mir eher so vor, so ein bisschen Matchpoint bei Temu bestellt. Und ja, es ist nichts Großes. Kann man, wenn man wirklich gar nichts zu tun hat, mal machen. Ja, das glaube ich spiegelt dann gut wider, wie wir zu dem Film stehen. Ich danke euch trotzdem fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns folgt, liked, schreibt, wo auch immer ihr uns findet. Ich würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und das letzte Wort hat gebührt unserem Gast Sven. Ja, ich mache es ganz kurz. Ich wünsche allen Hörerinnen hier einen schönen Abend oder Morgen oder Mittag und sage Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.